Wir sind weit gekommen, um im Elektrizitätsmarkt Übergewinne oder Zufallsgewinne abzuschöpfen. Das Modell, das die Kommission vorschlägt, ist eins, dem wir zustimmen können. Es ist auch eins, das wir stark mitgeprägt haben. Die ersten Überlegungen, die Modelle, die wir in Deutschland errechnet haben und vorgestellt haben, finden sich darin jetzt wieder. Das kann also vergleichsweise schnell gehen und dann wird die Umsetzung in den Ländern selber vonstatten gehen. Wir sind lange dabei, uns darauf vorzubereiten. Vielen Dank.